Wärme und Energie Die Nachteile sind aber für jeden sichtbar. Das Kohlendioxid führt zur Erwärmung der Atmosphäre. Dieser Treibhauseffekt lässt Polkappen und Gletscher schmelzen und den Meeresspiegel dadurch ansteigen. Dann vielleicht doch besser Atomkraftwerke? Hier wird der Brennstoff nicht verbrannt, sondern die frei werdende Energie wird bei der Kernspaltung frei. Man braucht dazu viel weniger Brennstoff. Der Energiegehalt, der bei der Kernspaltung von einem einzigen Gramm Uran frei wird, entspricht der Verbrennung von nicht 2 Gramm, nicht 3 Gramm, nein unglaublichen 2,7 Tonnen Steinkohle. Aber auch die Kernkraft hat ihre Nachteile. Da ist zum einen die Sicherheit der Kraftwerke und zum anderen der ganze Atommüll. Während von einem alten Apfel auf dem Komposthaufen nach wenigen Wochen nichts mehr zu sehen ist, zerfällt der Atommüll nicht so schnell. Von Uran 235 ist beispielsweise nach 700 Millionen Jahren immer noch die Hälfte da. Hätten die Dinosaurier schon Atommüll eingelagert, dann hätten wir heute noch etwa 80 Prozent ihres radioaktiven Mülls bei uns. Und wer von uns kann heute garantieren, ob ein atomares Endlager auch eine sichere Mülltonne für die nächsten Millionen Jahre ist? Dann nutzen wir doch lieber regenerative, also nachwachsende Rohstoffe. Mit Solarzellen können wir beispielsweise die Energie des Sonnenlichtes nutzen. Also, falls die Sonne scheint. Auch Windenergie ist regenerativ, aber leider auch nicht immer und überall effizient und verfügbar. Eine kleine Sonne für zu Hause wäre doch was. Bei der Verschmelzung von Wasserstoffatomkernen zu Helium werden dort in der Sonne große Mengen Energie frei. Ein Gramm Brennstoff erzeugt hierbei die Verbrennungswärme von unfassbaren 11 Tonnen Kohle. Ein Gramm, muss man sich mal vorstellen. Und lange, strahlende Atommüll fällt dabei auch nicht an. Könnte man diesen Prozess nicht als Vorbild für die Energiegewinnung nehmen? Man kann. Aber ganz so leicht ist das nicht. Wie bei zwei Magneten, die sich abstoßen, wollen auch die beiden Wasserstoffsorten Deuterium und Tritium nicht verschmelzen. Dazu muss die Teilchenbewegung und damit ihre Temperatur groß genug sein. Voraussetzungen sind wie im Inneren der Sonne mindestens 15 Millionen Grad Celsius. Das schafft man selbst mit einem Schweißbrenner nicht. Wie erreicht man aber sonst solche hohen Temperaturen? Zum Erhitzen zu Hause nimmt man eine Mikrowelle. Und das funktioniert auch im größeren Maßstab. Ups, leider hält unsere Tasse solche Temperatur nicht aus. Kann man sowas Heißes denn überhaupt aufbewahren? Die Lösung sind Magnetfelder. Man spricht hierbei auch von einer magnetischen Flasche. Mit einer komplexen Anordnung von Magneten, hier in blau, hält man das Plasma, also die aufgeheizte Materie, in der Schwebe. Das Einschließen und Erhitzen von Plasma hat mittlerweile in einer Experimentieranlage schon funktioniert. Aber wann diese Technologie tatsächlich kraftwerksreif sein wird und ob die Fusion nachhaltig zur künftigen Energieversorgung beitragen wird, das ist bislang alles noch offen. Musik 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 Musik